Das ist ein Konzert, der mittlerweile auch Europa im Griff hat, aber sehr große Schicksal hier verkaufen kann, an Equipment, an Fernsteuerungen. Wir haben natürlich Piloten, Werkpiloten, die wirklich spektakulär hier ihre Modelle in Szene setzen und bewerben ihre Fuchsrauber-Bilden. Play 360 zum Beispiel, ein Schiffgerät, das in dieser Form auch schaffen kann, eigentlich bereits vollständig Fernsteuerung dazu, natürlich das können und du kannst eigentlich in relativ guten Zeit schon diesen Riesenspaß erleben. Das ist ein Konzert. ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Auch das ist natürlich alles gesteuert, alles im Kopf zusammengebraucht und dann über die Knüppel umgesetzt und Akku bereistbar. Ja Applaus meine Damen und Herren, Stefan Künstler mit einer Spektrumanlage, aber übrigens auch ein Produkt, das von...